Hallo, heute wir sprechen, wie kann man Medikamentos, eine Eradikationstherapie von Helicobacter pylori durchführen. Helicobacter pylori ist ein Keimen, das besiedelt den Magen und wenn da ist, macht Probleme bzw. verursacht Sleimhautwunde und die Sorgen an der Ulzeren. Deswegen muss das schnell weg, gibt es zwei Kombinationstherapien nach französischem und italienischem. In italienischem muss man Magentablette geben, zweimal 20mg, Vipadoprazol, Amoxicillin zweimal täglich 1000mg und Metronitazol, wieder Antibiotika, zweimal täglich, zweimal pro Tag, vor 7 Tagen. Ununterbrochen. Gibt es auch der Sorgen an der Frazösische Schirme, das setzt im Vergleichwo Stetamoxicillin, Clarifromicin und deswegen kann man auch Vipadoprazol geben, wieder zweimal 20mg, zweimal täglich. Auf 7 Tagen ununterbrochen, lieber das Spadoprazol nimmt man halbestude bevor Clarifromicin und Metronitazol nehmen muss. Tschüss! Spadoprazol Spadoprazol Spadoprazol